My dream is to spend my life doing my... Oh je, oh je. Ich hab jetzt mal geschaut, wie das Ganze funktioniert und... Was haben wir dabei rausbekommen? Diese Teile zu machen dauert noch Jahre. Happy Birthday. Hab ich mir dann nur so gedacht. Und zwar brauchen wir dafür einen Haufen Papier. Einen Haufen Scheiße brauchen wir auch noch und... Als ob dieser Haufen Kacke noch nicht genug wäre. Fängt auch noch an zu regnen. Scheiße. Ach, flucht nochmal. Jetzt haben wir auch noch Papier. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Was mach ich denn jetzt? Ich brauch Papier? Au. Papier, 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 Papier. Ähm. Oh man, ich weiß nicht. So. Awesome. Darf ich mal an dein Zuckerrohr? So, awesome LP. Ja, muss schnell sein. Oh man. Oh man. Oh man, ey. Das ist wirklich der Beste, man. Also. Wenn es... Ähm. Ähm. What the fuck? Das hab ich jetzt nicht gesehen. Ähm. Na, creepiger Creeper. What do you want from me? Ah, streng dich. Dankeschön. Ich mochte eh niemanden Creeper. Seh es ein. Ja, jetzt haben wir schon mal das nächste Problem. Was brauchen wir denn jetzt? Das brauch ich schon mal nicht. Ähm. Was war das? Brauche ich Pflasterstein? Nein. Ich weiß auch nicht mehr, was das war. Ähm. Oh Gott. Fragt mich nicht, was es war. Ähm. Was brauche ich denn alles nochmal? Ähm. Ja, ich stehe hier gerade und überlege gerade ein wenig. Also. Ganz ruhig. Ähm. 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 Ich glaube, ich brauche Magie. Oh ja. Ich brauche Magie. Na, super. So vorher bekomme ich die restliche Magie hier noch. Ich meine, ich habe hier doch nichts Magisches mehr drin. Ich habe hier unten noch diesen Kram, aber. Nichts, was irgendwie hier so Magisch ist. Auch schon vielleicht meinen Wand hier. Diesen. Und ihn hier. Mechanics, Mechanics, Mechanics. Ähm. Redstone. Ja. Pau-Mometer. Nicht. Dein. Fucking. Ernst. So, jetzt stehen wir nämlich vor einem Riesenproblem. Und zwar. Vor dem Problem. Missing Research. Okay. Das Ding hier. Keine Ahnung, wie man das baut, ey. Äh. Boah. Krass, was es alles gibt. Ja, Thermometer, das brauche ich nicht. Ähm. Das hier. Diese komischen. Cloth. Kleidung. Ich glaube, da brauche ich schon wieder einen Haufen. Einen Haufen Kram. Aber welchen Kram? Also, das ist die langweilige Zauberrunde. Also, ihr könnt euch mal hier bei dieser Folge drauf befasst machen, dass ich hier sitze. Und darüber nachdenke, wie ich weiterkomme. Okay. Okay, ähm. Ja, wie es ausschaut, hat sich mein Minecraft hier wieder gecrit beendet. So. Läuft das auch wieder. Muss ich erstmal schauen, wie ich das jetzt mache. Ich brauche. Ähm. Bandagenzeug. Und ein Haufenweise. Workbenches. Fragt mich nicht, warum ich Workbenches brauche. Ich weiß es einfach. Oh, ich hoffe doch, ich habe Savlings hier drin. Ja, ich habe Savlings hier drin. Na, die falschen. Ich glaube, mit dem hier kann ich kein Holz machen. Doch. Ups. Ähm, ja. So, ich versuche es hier nochmal mit zwei Workbenches. Äh. Ja, einer hat gereicht. Ähm, was hat Bandagen? Ähm. Bandagen. Was hat der Bandagen? Vielleicht Strings? Ich meine, davon habe ich aber echt hier drin. Bandagen 2, ja. So, genau. Magic. Magic ist das Letzte, was ich brauche. Also Magic ist wirklich das Letzte, woran ich noch gedacht hätte, dass ich das wirklich gebrauchen könnte. I fucking hate this magic shit. But. But. Das klingt immer falsch. Äh. Ich versuche jetzt einfach mal. Um mir noch ein Saphirscher zu machen. Sonst den ganzen Kram hier reinzustecken. Sortieren. Plupp. Und. Dann gehe ich jetzt in die Hälfte. In der Hoffnung, diesmal ein paar Lohnstäbe abzugreifen. Weil die haben nämlich auch dieses Verzauberungsteil drauf. Von wegen, äh, Magic. Und das Magic brauche ich nämlich für den Kram. Hoffentlich bin ich schnell genug, bevor die Lohn hier spawnen. Oder hat irgendein Troll hier den Lohn-Spawner abgebaut. Oh Mann, ey. Merkt er schon. Ich baue das jetzt zu. Und ich die Viecher hier nicht mehr Bekloppt, wie die sind. Befeuern können. Wo wir grad bei bekloppt und befeuern sind. Ich glaube, ich habe tatsächlich vergessen. Mir den Rest Zeugs mitzunehmen, damit ich überhaupt was hab. Zum Zubauen. Ich setze alles drauf und dran. Diese E- Aua, du hässliches Mistvieh. Scheiße. Komm, lauf, Popole. Lauf, Popole. Om, 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 om. Ich habe einen Lohnstab. Eine Lohnroute. So. Meine Güte. Genau das hatte ich eigentlich nicht vor. Ich kann immer nicht auseinanderhalten, wo ich wohne. Ich muss. Ich muss in diese hier. Ja, ja, ja. Schwule verbrennen immer. Wundert mich hier noch nicht, dass er... Wundert mich, dass er noch nicht verbrannt ist. Fuck. Hoffentlich haben wir da oben noch kein Feuer angezündet, sonst habe ich ein Problem. Die würden auf keinen Fall mein Zeug verbrennen, weil sonst, ja. Ich glaube, ich hatte nämlich schon wieder das Buch mit. Und das Buch sollte ich Funfucking niemals mit auf meine Expeditionen nehmen. Allein, weil da oben jetzt bestimmt alles voll mit Lohnen ist. Ich gehe mal raus. Ja, mehr oder weniger. Nix da. Nix da. Nix da. Alter. Ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Ihr dreckigen Lohnviecher. Es ist unglaublich, dass ich mich überhaupt mit euch abgebe. Aber ihr habt halt irgendwie dieses Verzauberungszeug drauf, was ich wirklich brauche. Lauf mir noch vor die Spitzhacke. Dann bist du selber schuld, wenn du Schaden bekommst. Und natürlich, wer kriegt dann auf die Fresse? Das bin ich. So. Gehen wir da wieder hin. Hör auf, hör auf. Ich baue das hier mit Absicht zu, damit die Viecher wirklich hier drin spawnen. Und nicht hier draußen rumtürteln. Nein. Nein. Einfach nein. Ich mein Glück kennt es hier drin schon wieder was wie Spawned. Nein. Gut. Geh eure hässlichen Lohnstäbe. Danke. Haben wir ja einfach ein paar Lohn. Wir können die Erfolgen überspringen, falls es euch so langweilig wird. Du, Alter. Wir treffen uns auch noch. Also. Wirklich. So. Höchstwahrscheinlich sind jetzt meine Sachen aber alle verbrannt. Oh, scheiße. Wenn das passiert, ey. Wenn dann ausgerechnet die Blondenteile da verbrennen. Dann bin ich natürlich am Arsch. Weil die habe ich ja extra gesammelt. Oh, scheiße. Fuck, 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 fuck. Fuck. Wieso ist jetzt auch noch eine Lohe hier auf dem Weg? Die Viecher schießen das recht so schnell. Da kannst du sogar sprinten und die treffen dich noch. Oh, meine ganze Erfahrung. Sag mal. Was macht ihr überhaupt hier draußen allesamt? Bist du irgendwie behindert, Skelett? Nix da. Die haben ja schon ein halbes Essen verbrannt. Fuck. Fuck. Alter, was soll denn der Scheiß? Könnten die bitte mal aufhören, meine Sachen immer wieder herunter zu feuern? Höchstwahrscheinlich sind jetzt die ganzen Sachen dran vorbeigefallen. Und das Resultat daraus ist natürlich, dass diese Fun-Fucking-Kacke überall in der Hölle in der Lava rumschwebt. Oh, scheiße. Ich brauch das ganze Zeug doch. Die Lohnen, die lachen sich bestimmt ins Fäustchen. Wir haben ihn getötet. Wie ist das so lustig? Meine schönen 29 Level sind auch futsch. Wo ist meine Diamantspitzhacke? Da unten. Wirklich am letzten Ort. Wo sie noch hätte landen können. So, ich gehe jetzt wieder weg. Es reicht mir hier definitiv mit euch. Fuck, man, Alter. Fuck, man, Alter. Wieso kommen die scheiß Lohnen da überhaupt raus? Ey, können die nicht einfach irgendwie in der Hölle bleiben? Also, sind sie ja, aber fuck, man. Bandagen hatte ich hier auch schon genug, ne? Bandagen hatte ich genügend. So, jetzt muss ich erstmal die Schuhe anziehen. Jetzt gehe ich hier wieder rein. Benutze dieses Blaze Powder. So, gut. Ich habe das Büchlein auch hier. So, jetzt kommt das Teil. Und das Ding wird wirklich die Härte. Das ist wirklich nicht mehr lustig. Da brauche ich nämlich Haufen weise Kram. Wir fangen hier einfach mal mit dem Papier an. Verarschen. Verarschen. Ganz ehrlich, was ist das? Oh, yeah, oh, yeah. Das da ist, ähm. Ja, definitiv. Ich brauche Papier. Der Mr. Awesome hat bestimmt kein Problem damit, dass ich mir noch ein bisschen von seinem Rohr klaue, weil ich meine, es wächst ja eh nach. Oh, ey. Und ich bin sogar noch der Letzte, der hier ist. Oh. Oh. Sind sie alle weg, oder was? Wo sind sie denn? Das war gerade krank. Obwohl, oh, das ist auch noch ein Bös, Alter. Nee, das ist kein Bösartiger, Zombie. So. Flup, zack, puk. Flup, flap. Om, nom, nom. Ich muss mal kurz gucken. Oh, das sieht die anderen 20 Minuten schon wieder. Krack. Kracke, Scheiße, ja. Ja. Genau. FPS-Einbrüche, oder was? Was soll der Scheiß hier? Meine Fresse. Macht's dir irgendwie Spaß, oder was? Halt die Klappe. Meine Fresse. Irgendwie, das Vieh gerade auf die Nähe. Verstehe ich nicht. Wieso klappt das nicht? Muss ich da jetzt Dirt reinschieben, oder was? Gut, ich hab keine Ahnung, wo meine Schaufel geblieben ist. Jetzt hör doch mal auf hier. Alter, es ist ja unglaublich. Ich brauch einen höheren Zaun. Ich muss hier schon wieder bei Spark of Phoenix stalken, wie er diesen hässlichen Kack hier fabriziert hat. Wie zur Hölle hat er das gemacht? Das ist bei mir irgendwie fail, weil ich hab ja auch schließlich hier... Ah, ja, Missing Research. Ich brauch die beiden hier auch noch. Das heißt... Ich muss wieder metallisch anfangen hier. Ach, Göttchen. Ich merk schon. Ich hab selber gefailt. Ja, ist gut. Ja, ich weiß. Aber trotzdem. Bis ich die nächste Runde von diesem Kramenzeugs fertig da hab, ey. Oh Gott. Oh je, du. Das kann dauern. Oder City, was sagst du? 24 Minuten. Ich fühl mich grad irgendwie so moff auf diesem Server. Aber irgendwer muss ja aufnehmen. Irgendwer muss ja hier die ganze Zeit sich noch den Arsch aufreißen, damit hier alles läuft. So. Copper Transmutation. Wo sind wir jetzt? Dort oben. Kacke. Wie man die Bar unten herstellt, das weiß ich nicht. Ich muss probieren. Muss ja irgendwas mit Metallen zu tun haben. Soll ich weiterhin probieren? Ach, was mach ich denn da? Vielleicht muss ich ja jetzt wieder hier Seeds. Nein, keine Seeds. Feuer? Auch nicht. Stein? Auch nicht. Vielleicht mag ich... Ähm... Vielleicht Magie? Nein, noch keine Magie. Jetzt hab ich Lohnstaub verbraucht. Fuck! Fuck! Was kann das sein? Was kann da noch rein können... tun? Ich hab schon gehört, Creeper. Ganz ehrlich, was kann da noch reinkommen können? Tun. Vielleicht noch ein bisschen von dem hier. Ja, und was ist das? Vakkus. Was auch immer das ist. Wo auch immer man das findet. Vakkus. Glaslasche. Da überall wo Luft drin ist. Kann ich ja meinen Kopf reinpacken? Äh, nein. Okay. Okay. Wenn ein Vakkus doch so einfach ist, dann müsste das ja klappen. Oh, da ist der Vakkus. Nein, da ist kein Vakkus. Ich brauch ne Schaufel. Kann ich hier irgendwie ne Sleberschaufel machen oder so? Natürlich nicht. Auch nicht. Muss ich dafür erst ein Saphir nehmen oder was? Muss ich hier Saphir schaufeln oder was? Tatsache. Das klappt. Oh, scheiße. Komm her, Skelett. Thanks for lagging. Nein. Spinner, du auch nicht. Boah. Wir dürfen ja auch gar nicht abbauen. Komm her, Creeper. Kommst du eben nicht her. Boah, ey. Fuck. Hup. Ich weiß nicht, wie lange ich hier schon dran sitze. Ey, vielleicht. Welches. Das hat auch Wasser und Erde. Das find ich gut. Gut. Ich kann nicht für das nächste Teil gebrauchen. Oh, jetzt brauche ich ein paar Glasflaschen, ein paar ist gut. Oh je, wir sind schon mal 30 Minuten wieder. Wieso auch immer das einfach so wechselt, müsste reichen, vorerst. Oh, verfluchte Scheiße, ey. Ich spiele schon seit, glaube ich, 4 Stunden am Stück. Habe halt immer wieder nur Aufnahmepausen gemacht kurz. Scheiße, ey. Na, 3 oder 4 Stunden, allein für das bisschen, was ich bisher geschafft habe. Ich habe Materialien gesammelt, erforscht, Materialien gesammelt, erforscht. Bin in die Hölle gegangen, habe ein bisschen gekämpft. Aber sonderlich viel entdeckt habe ich noch nicht. Alter. Ich glaube, ich bin einer, der mit den meisten Folgen, die es bisher gibt, nach links. Und da oben ist dann mein Zuhause. Ich will nicht wissen, wie weit der Typ schon ist. Da, mit seinem komischen Research-Zeug. Gehen wir hier hoch an unseren Stahlofen. Und... Brennen da das Glas weiter. Also war so viel Glas sogar unnötig eigentlich. Enchanted Fabric. Da war ich schon mal. Oh, Facepalm. Tja, ich kann halt auch nicht wissen, dass ich da schon mal war. Anstatt, dass ich auch mal nachgucke, wo ich da bei dem Alten da war. Nö, nö. Nö, nö, nö. Komm, wir sind so blöd und probieren dann mal weiter aus. Lead Transmutation. Was ist Lead Transmutation? Ach so. Ach Gott, ey. Was kommt denn da noch für eine Kacke? Wie macht man das da unten denn? Sieht aus wie Feuer. Fackeln. Fackeln. Gimme fackeln. Gimme fackeln. Los, da fackel ich nicht mehr lange. Leute, ich höre gerade voll das Piepen. Jeder andere würde mich jetzt angucken und mich fragen, ob ich Hallos hab. Holz. Zack, 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 flack, wupp, sup. Fackeln, was brauche ich denn jetzt? Nein, davon brauche ich nix. Brauche ich Feuer? Ja. Ja. Ja.